Verneinung heißt, das Falsche zu leugnen, ohne das Wahre zu kennen. Das Falsche im Falschen zu sehen und das Wahre im Falschen zu sehen. Und es ist die Wahrheit, die das Falsche verneint. Sie verneinen nicht das Falsche, sondern sie erkennen, was falsch ist. Und das Erkennen selbst dessen, was falsch ist, ist die Wahrheit. Verstehen Sie? Und die Wahrheit ist es, die verneint.